Nichts geendet. Scheiß Game. Panda. Panda. Ach, was ist denn Panda? Ich will Halloween Nocturne. Panda. Hä? Der andere Panda. Like a panda. Der ist nicht da. Hi. Hast du den Nocturne-Skin, den... ...Panda hat? Nee. Das weiß ich doch. Nee, bitte. Ist doch scheiße, jetzt hab ich den hässlichen Skin. Der gibt's nicht aufzunehmen. Oh, guck mal wie hässlich der ist, ey. Hast du den Legendary? Nein, ich hab den Halloween. Und den Void. Der ist schon okay, der ist schon gut. Der Halloween ist Hammer. Auf jeden Fall. Was mein Name? Ich hab Halloween. Ach, wir wollen in den Welten? Ja, Mann. Nein! Der Dorland. Ich hab den Ah, wahrscheinlich startet der Red. Fehlt dir nicht irgendjemand? Hmm, auf K. Ich hab den. Braucht? Naja, ich würde mal sagen, wir wollten den oder wollen wir machen. Ich weiß nicht. Wir sind da, alles nicht in den GD. Wir werden ja immer invaded, äh, counter gecampt. Wollen wir das machen? Ja, ich ne. Boah ist der hessig das Gift. Sorry. Sorry Jonas, ich muss so vollkacken. Alles klar. Ich hoffe du nimmst, nimmst du schon auf? Ja klar. Oh scheiße. Schneid das mal raus. Das macht mir nicht den hier. Na, ich smite den. Das interessiert die... ...die Abonnenten bestimmt. Ja klar, es gibt nichts cooles. Auf jeden Fall. Brandaktuell. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Zweit? Ja, ich smite. Ich bin noch leveled. Oh, lol, ich move nicht. Die haben unseren Red, die haben unseren Red. Die kommen. Können wir die fighten? Ja, der muss irgendwas in unseren Red draus. Lulz. Ich dachte, der Nocturne ist noch hier. LOL! Ja, ich wollte gucken, ob die... ...die Arthrox. Ja, der Flash ist raus. Ja, ich kann nicht mehr machen, ich bin allein. Nein, du. Er paut mich, lol. Oh, mies. Du weißt, Arthrox ist, du Kollege. Vier Sekunden müsst ihr die Arthrox sein. Er kommt später. Oh, egal. Puschnuppe. Musst du eigentlich reichen, weil wir... Ist gestorben. Ich hab den Red Pod... Ich hab den Missklick. Ich bin so gut. Ich dachte, den Red Pod auf 2-1. Okay. Spiel sein gehört. Spiel sein gehört. Jetzt ist ihr, Schatz, immer auf 2. Zeig ich noch eins. Okay, jetzt. Das ist ein Army OP. Okay, hat mir das stattdessen. Ich bin Exhausted. Ich hab Exhausted 8. Okay. Ok. Wir haben noch Level 2, aaaaah Boah, das wär echt Hammer beim Blue-Hill Ich muss ein bisschen Mana-Safe Hast du noch Pods? Ne, ich hab keine mehr, hab auch einen Flixer Kannst du auf jeden Fall zu uns pushen einfach, dann passt das Ad-hocs Mitte Ich komm erst noch Es läuft mega scheiße Bots gepusht, Nami hat keinen Flash mehr Und Ad-hocs ist hier Ich komm runter irgendwie Dieses Nami E, ne, das ist so stark Mhm Ad-hocs ist in seinem Jungle, da ist er Boah, ich bin mega fucked in meinem Jungle Ich glaub wir können Lantern-Gank machen, wenn die so gepusht haben Ja, Level 4, okay Hab sie Ist ja schön Ja, nein, das geht doch Ich farm sogar besser als sie, obwohl sie misszoned Das passt Muska auf mein Level kommen Ich... Der Boot kann mal was machen Klasse Über die Fall, warte, ich check die mal Woah Woah Shit Ich hab keinen Mana, wir können nicht, die sind stärker Vor allem der Ad-hocs Strecke Wir müssen die Checker Kann der Auto checken Woah Oh kacke Woah Das ist krass Hm Pass auf, Captain, äh Das ist so krass, dass der Typ verscharrt Ja, dann komm auch Follow, die sind Solo No, der hätte früher machen können WTF, dass alle haben können, die sind Solo Ja, das Problem war echt, ich hab es Ich hab es Hä, ich hab einen Blue Wo hast du den Blue? Ja, Ari ist hier Oh Nein, ich krieg... Krieg, ring mal, ring mal Der Timing, der Timing Ah, sorry, sorry Ich hatte Angst wegen der Ding Ari Ja C6 Wo hat die Kette geholzt? Weiß ich nicht Oder hat sie schon geholzt? Hat sie schon geholzt Okay Nein, sorry Wegen dem Kill Pfff Ist okay, ist okay Ich hab's auch echt leise Oh, geil Ach, nach der B... äh... nach der Waveback Ja, da ist ja mal rein Ja Ah, damn, blablabla Schockaxe Also, mein Ulti-Gank muss sitzen, ohne Mist Das ist echt zu stark behind Ich versuch mal einige Punkte zu kriegen Versuch mal einige Punkte zu kriegen Okay Oh, Top-Lane Mitte, please Top Ja, ja, ich will doch weg Okay Fuckin' OP, Schirm Eigentlich müsste ich mit Lisin den auch Oh Mist Ich find Lisin ist der einzige gescheite Counter der Gegenruppen Und Elise Ich komm bitte Ja, ist auch nicht level 6, ok Pop, teleport, ready What, wie ist der Wetter voll AP wieder? Wann hast du ulti auf top? 40 Aber ich mag schuld, aber eh gewartet Er hat eh gewartet Sonst wäre er jetzt nicht weggegangen Ja, weil er hat Ultimanslot 2 Katelyn hat Blue Ja, das ist schon die ganze Zeit, oder? Läuft gleich aus Ja, er hat beim Drake gewartet Wo hat er den Blue, frage ich mich? Nein, von mir Ach, du hast den von der Ari, oder wie? Oh, der fällt nicht gleich Oh, der fällt nicht gleich Ja Brauchst du Blue Mitte? Wäre wunderbar Aber egal, wenn sie die Halt ist, dann ist Okay Ich gehe nach, wo Bottler MCP Überholtest du alles bereit Dann bei dem Pinko Ich sag kein Schrein Okay Ich bin noch nicht level 6 Aber ich hätte eine Ich komm, das geht So, jetzt Ich komm top Er tippiert, er tippiert, komm Ja, die haben wir, oder? Oh Okay Nice Gut gemacht Ja, ihr auch Ich bin nach 10 Minuten erst level 6 Ah, wir sind Die Mist und J die haben, aber ich glaub wir können die Bursten Ich hab Ignite ausgemontern Hey, Chalks top Rechts level? Auch 6 Gage mal auf sie Killer ist back Guck, das meinte ich Ich weiß aber Die wollen top pushen Gehen wir noch einen wave? Ah, fag ich schon 6 Dann komm ich top lane Ich bleib einfach Ja, ich bring zwei walls Ah, der ist down Shit Ich hasse Arthrox Ohne Scheiße Jam ist so broken Können wir Ghouls machen, wenn ich kriege den Großen? Ja Ja, ja Dann hätte ich direkt Zeit zu tun Weil ich könnte jetzt für nix basen Ja Keine gescheine Ulti-Gang In der Mitte, Ulti draußen Hast du den Großen? Ja, ich hab Ulti Ja, ich hab Ulti Ich wusste meine zwei Worts für die Ah, jetzt ist ja auch noch Ulti, ne? Ja Hier ist Arthrox Hinter uns war Arthrox, ne? Oh shit Gehe ich's mit erhalten 06 bin mega underlevelt 14, 14 Farmer mit Decay Ja Nuss mal fallen Hab ich's noch Ich hab mich Genau Ich hab bei mir Habst du die geholt oder den? Nee Das passt mal an Ich komm bot lane Ist ein Busch geworden oder ist sie geworden? Ich bin nicht sicher, weil sie hatten gerade Pilt Aber ich denke nicht Du hast doch eh holt die oder? Ich hab holt die ja Aber ich komm halt Von der ganz hinten komm ich nicht weit Jetzt? Ja Arthog ist weg Exhaustive Die kriegen wir Die kriegen wir Nice Arthog ist noch Passive Ich bin ziemlich gut Nee ich glaube den schaffen wir nicht Lass du wir das Ding hier pushen Ewig genau bis die erste ulti aus habe 4 Minuten oder sowas Was? 4 Minuten bis die erste ulti Gescheit Ja schaffen die jetzt Wenn du in der top lane glaub ich Nen Dings gebraucht hast Ja ich glaube den nicht Ja Und hier ist das ein Ein Vampiric Scepter Und jetzt sind glaube ich out sustained Ach sehr schön bitte Keine ulti oder wie? Warum hast du nicht vorgeultiht Weil sie launchen könnte von der Rage Und dann hast du direkt drauf warst Warte können wir wieder cammen? Ich dachte ich Nein Ich hab keine Mahne Ich dachte nach der ulti Okay ich push grad nach der Mitte Ich versuch Ich hab zurück An 8 hab ich ulti Versuch dann Arthogs zu grab nach der Mitte Wir können da was machen eigentlich Na klar ich komm mal schauen Ich bin unterwegs Ich brauch noch ein bisschen Ich komm mal auf und versuch es runter zu kommen LOL Bei mir sah das so aus als ob das Arthogs nix mehr Nice du hast ihn bekommen Bam Ich glaube wir haben Drake Oh alles Sehr gut Ja Ja Ich glaub der war ein bisschen scared Weil der so low war Ist ja weggegangen Ja GG Partner KS GG We got this 30 Sekunden ulti Äh Ich bin mal nicht 30 Sekunden ulti Ich hab grad high ping Top lane ist mega farm Komm 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 Oh dem place Dem place GG Ich glaub der geknallt Ich glaub der geknallt Nicht Leute Ist doch schön Top lane Geh mal hin Ich bin auf dem Weg Boah ich hab in 50 Sekunden erst meine Ulti Was? Was ist das für ein cooldown bitte? 45 Sekunden bis Ulti Ich lege grad extrem Mitte Tower geht down Der war so tot Der Atom Oh shit Oh shit Ich bin down Nein U auf für Ari Shit Ich hab den eh E-Spelly für ihn geblocken Nicht sein Stun Nicht gelassen Oh scheiße Willkommen Mitte Willkommen Mitte Fuck das war mega bad Warum bin ich da lang Mein Ding ist wieder oben Das war obvious Oh ne Mist Richtig obvious dass die jetzt da lang gehen Arthrox Was ist das denn da? Ach Na Flash Los E Eee Ich geh mal Top Hör auf mir zu sagen was ich mag so Sachen Ich geh mal Top hab ich gesagt Du hast gesagt geh mal Top Ich geh mal Top hab ich gesagt Oh nein Doch ich soll doch mit Tau bekommen da ist Ari Ari? Ich hab nur 5 Sekunden Warte hat ihr uns den Blue? Ne 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 lege deinen Blue Ich weiss nicht Den den du Karte verloren hast vorhin Aber die kam grad von hier Der hat unseren Blue Och gott ne Keinen Blue auf Och gott Wenn du die xd-friesen kennst wärs nice Kannst du reingehen Ähm Taulek Ich bin ready Mit eh Oh ja DFG Das wird schmerzhaft für mich Ich hab wieder ne Ulti Kann sein ne Hat die Ari Ulti ja ne Ja wahrscheinlich Und wer ist hier? Und der Fisch auch Da ist gerodet Die ist auch hier drin Fuck ey meine Lecks Die machen wir Ich weiss nicht ob wir falten können Ich hab extrem Lecks Ich kann Bot Kann Bot kommen Ja dein Engel ist top Ja und da sind zwei Mitte What? Du warst vor mir was okay Gute Logik Gute Logik Gute Logik Du bist Bot zu 5 oder? Ja sind wir auch gerade Der Rinder kann er 4 machen Echt getop Ich hab auch ganz gut ein Rave Clear mit Ari und Kate Ich würd grad eh Unge entfalten Ich kann nichts machen Der Nekton ist nicht auf der Top Der Nekton ist bitte Pass auf Oh Oh Komm aus Ja ich sehs Shit Ich bin unterwegs Ach Definitely Ich hab mich hier ein bisschen unterstützt Ooooo Schööööööööööööön Sehr schön Ich hab mir seine Passive Alter wir machen nur so viel Damage Ich komm geteleportet Geh hin Scheiße Ich bin gleich da Ich wollte eigentlich den Aatrox Last hitten bei ner Ulti, aber der war schon tot an. Mann, ich hab Legs, ich kann sie nicht finishen, Alter. Sehr schön. Hier? Meine Spells kommen einfach mal 5 Sekunden später an. Ich glaub vielleicht ne Astral Ulti, der saß unterbrechen. Nein, hab ich nicht ready. Hab ich für Ari benutzt. Oh, OP! Ja! Dodge einfach mal einen V hier, Alter. Ich hab einen 10 Sekunden Kick. Wollen wir die Dive? Ich kann Ulten. 5? Nein! Oh, das war echt klar. Jetzt hab ich sie. Ich muss die Botform machen. Oh, wir können Ulti? Ich brauche mal Insert'n Frost, damit er ist ziemlich OP gerade. Trinity? Hä? Null. Ich hab übergesprungen. Exakt. Wie keiner wrenched das. Fuck this. Ich hab keine Worms. Ich hab keine Worms. Ich hab keine Worms. Fuck. Ich hab keine Worms für dich. Äh... Nein, mir hat Oracle. Komm mal bitte mit Deffen. Okay, die ist in der Mitte. Nee, jetzt machen sie doch Drag. Mann, Drag, müssen wir klauen. Vielleicht den noch. Nee, ich hab du erst eh geklaut. So, meine Legs sind weg. Jetzt geht's los. War echt Dragons? Ja, und so wollen wir machen können. Nein, mir hat Oracle. Okay. Wenn du die irgendwie catchen kannst. Ich hab keinen Worms. Ich hab kein Wort. Geht doch. Ich spiele halt wie der Aram. Deshalb bin ich nicht in der Welt. Swag gewartet bei der Fondania, oder? Ja. Unser Blubuff. Ja, gewartet. Ja. Hol den Top Tower. Ja. Ja, ich mach den. Poke die. Poke die, poken. Ja, ich poke sie mit Ulti, okay? Ich bin bereit. Ich bin dabei, Mann. Okay, go, go. Mein Ulti hat die. Go, go, go. Pokes Nami! Pokes Nami! Ich hab 12. Hö, co, go, go. Wah, Mann! Pokes. Jo, geh damit. Das ist ein 2. Hey, komm! Ich hab das echt! Nami wurde kaputt gemacht. Von mir. OIT, IQ, Nami, Warte. Ich soll tracken. Übrigens soll ich tracken wieder, ne? Also der Dings failsmarted noch mehr als ich. Ist das möglich? Ich hab noch den zweiten Tower oben bekommen. Guck mal da. Den hol' ich mir auch noch, wenn er da ist. Nein, ich bin dort. Ich bin so unglaublich. Ich glaub, da. Oh, der ist da. Alter, ich smite nur schnell. Okay. Alter! Ist meiner auch, ey. Ist meiner übrigens. Mal nebenbei. Ich hab die Hälfte, ich hab die Hälfte über dem Jungle. Kann einer hier bitte hier wollen? Wegen TP? So. Ich hab kein Wort. Ich muss meine zwei Pots da verkaufen. Hier ist... Wow! Erstmal Spell Shield, um den Autotank zu blocken. Worth it. Ja, fehlt auf jeden Fall. Ich probier mal was aus. Wir brauchen jetzt mal Trinity auf Lee wieder. Was brauchst du? Trinity. Ich wär kurz am Bord zu crelen. Auf Lee? Oh ja. Oh ne Tanky Lee. Oh buddy. Ja, ich spieler Tank. Ist okay. Hab ich schon bei den Koreanern gesehen. Geht ganz genau. Die Bande jetzt auch alles, was irgendwie Trinity passiert ist. Ja. Die haben sogar Trinity auf Renekton gebaut. Also. Ja das kann man echt schon machen. Ja das kann man echt schon machen. Danke für eine Free Attack Speed. Oh. Minion Block. Oh shit. Oh. Ja, poke die. Poke die. Poke die. Es wird poke. Mein Poke geht los, oder? Go, Go. Nice. Soll ich engagement ult? Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Oh! Ich engage, nicht an uns. Go! Ja, go! Warte, warte, warte! Go! Der Teamfight war gut! Boah, der Jungle Early war echt hart! Ohne Mist! LanternBoi! Nicht sterben! Mein Top-Farm. Oh, da gehst du einen Blue-Buff. Ah, das ist immer einer. Der Red-Naken- Der Red-Naken- Der Red-Naken-Fuck. Niemals! Egal, du hast einen Griff. Ich hab keine Ulti für Darkness. Die Nocturne-Ult am Ende. No Darkness!